Was ist das? Ähm, Mohamed Koulibaly. Er lacht immer und ist immer fröhlich darauf. Darum passt es gut. Ah, der müsste dann gescheiden sein. Wer ist bei uns richtig gescheit? Ja, Pius Thorn. Er ist ein intelligenter Typ. Er kann immer gut argumentieren. Darum passt es sehr gut. Gamer. Wer Game-Teamer? Justin Ospelt, der Goalie von uns. Er ist, glaube ich, echt game-fanatisch. Was ist das? Das weiss ich gerne nicht. Ja, das ist auch wieder Pius Thorn. Er kommt immer mit dem Velo ins Training. Ja, eigentlich kann ich da fast noch einen nehmen. Darum muss ich mich entschuldigen. Milan Gaic hat recht gerne Bier. Ja, ja. Ja, ich sage jetzt mal, ein Bär ist Denis Simani. Darum passt es gut zu ihm. Ja, ja. Sänger. Ja, der Sänger bei uns in der Mannschaft bin eigentlich ein. Nach dem Auswärtsspiel im Kar. Da sind eigentlich immer meistens noch im Mikrofon etwas. Zwar nicht gut, aber einfach so zum Spass. Was? Kaffee trinken. Tuna und Zizek. Der wird immer einen Kaffee trinken. Der kommt immer zu fragen, ob wir noch einen Kaffee trinken. Ja.